Herzlich Willkommen zu «Persönlich» bei Claudia Lesser. Die grossen Stars aus den Bereichen Entertainment, Sport sowie Wirtschaft und Politik – für einmal ganz persönlich. Es hat einfach den Moment gegeben, wo wir gemerkt haben, vor allem privat, es geht gar nicht mehr. Ja, genau gleich. Angst vor dem Tod. Die Moderatorin Claudia Lesser hört genauer zu und sieht präziser hin. Wenn du jemandem sagst, mein Vater hat sich im Flur aufgehängt. Ich spüre das ganz intensiv. Mein Vater begleitet mich. Sie interessiert sich für den Menschen hinter dem grossen Namen, die Person hinter dem Image. Es ist natürlich schon schwierig, diese grosse Liebe zu finden. Es war eine Pause. Ich glaube, ich war nicht mehr da. Ich war einfach weg. Wie geht man mit seiner Ängste um? «Persönlich» bei Claudia Lesser. Der etwas andere Tag. Jeden Donnerstag, 20.15 Uhr auf dem «TeleClub Prime». «TeleClub» – das Beste zuerst.